Ich habe keinen Plan und damit herzlich willkommen zu The Walking Dead. Ja, wir haben leider wirklich keinen Plan und deswegen müssen wir uns einen machen und dafür brauchen wir eine Karte. Wir haben hier noch eine Whisky-Flasche. Ich unterstütze es ja eigentlich nicht. Aber unser Freund, der Obdachlose, Jack, hieß er, ist ein Alkoholiker, denke ich mal. Okay, ist jetzt ein Verurteil. Eigentlich kein Alkoholiker, denke ich mal, aber trinkt halt gern Whisky und deswegen geben wir ihm jetzt ein. Vielleicht gibt er uns ja was Tolles für. Vielleicht sogar eine Karte, die er keine hatte, aber vielleicht hat er jetzt plötzlich eine, wer weiß. Mal schauen. Ich habe das gefunden, wenn du es wolltest. Verdammt. Ich habe nicht gedacht, dass ich es noch gehabt habe. Danke. Willst du einen Nippen? Auf gar keinen Fall. Wir trinken ist jetzt auch keine Lösung. Wir trinken ist jetzt wohl auf gar keinen Fall eine Lösung. Vor allem haben wir ein Kind bei uns. Und dann können wir nicht einfach saufen. Hey. Ja. Dem geht es natürlich gar nicht gut. Der hat alles verloren, was man einfach nur verlieren kann. Hast du hier irgendwelche Karten? Haben hier noch keine Karten? Ich weiß nicht. Ich möchte nur einen mit Clem schauen, also sie hat eine Karte auf die Lande. Und wenn wir nach Savannah kommen. Wegen meiner Vergangenheit. Ich wollte dir mit dir sprechen, um meine Karten zu halten. Du hast uns gesagt, es war dein Elternkarten in Macon. Das war genug persönliche Informationen. Ich bin sicher. Kat. Ich würde dir mit dir okay sein. Also vergiss es. Okay. Ich biete ihm jetzt nicht damit an, mit Chuck draußen zu trinken, weil ich glaube, er würde auf jeden Fall ja sagen. Deswegen, ja. Ja, ich sage es, ich gehe bei dir für einen Sekunden, Kitty. Kannst du mich einfach alleine lassen? Ich will nicht, wenn ich da für einen Sekunden schaue. Ich wünsche mir wirklich, dass du mich einfach alleine lassen. Es ist voll von Karten und Dokumenten. Ich will doch nur kurz hier vorbei, ach. Ich glaube, wir müssen ihn sogar trinken schicken. Könntest du einen Schluck vertragen? Chuck wollte wissen, ob du einen Trinken brauchst. Er hat etwas? Ja. Ja, das hat er geholfen. Ja, eigentlich hätte ich ihn jetzt nicht daraus geschickt, aber so kommen wir an die Karten. Deswegen, ja. Tut mir leid, Kenny. Thanks. Achso, okay. Ich wollte jetzt eigentlich kurz gucken, aber... Ja, okay. Dann hat es das erledigt. Oh Mann, Kenny. Aber man kann es verstehen, dass er so niedergeschlagen ist. Also dem geht es ja überhaupt nicht gut. Ben sieht auch nicht gerade glücklich aus, aber mit dem haben wir schon geredet. Es war ich. Huh? Nein. Ich war derjenige, der den Banditern Verpackungen zu geben. Was? Er ist ein Verräter. Es ist all meine Schuld. Ich könnte dich... Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Sie sagten, sie hatten meinen Freund. Dass er mit ihnen war. Nachdem ich das Gefühl hatte, dass sie nicht gemacht haben, war es zu früh. Sie sagten, sie würden mich töten. Töten alle uns. Ich bin sorry, Lee. Oh Mann. Kaum eine Wahl. Ich habe keine Wahl. Unless du irgendwo gehst. Ich... Ich glaube, ich bin nicht. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Ich... Ich könnte nicht mehr zurück da sein. Ich brauchte ein bisschen Luft. Was anderes? Ich dachte, ich habe mit Kenny gesprochen. Ich gucke nicht. Ich bin sehr ernst über dich, die Fehler zu dir selbst behalten. Ich kann es dir sagen. Du verstehst, warum, oder? Ich gucke. Du bist besser. Ich sehe dich. Ja. Ich mag Ben zwar... Oder ich mochte Ben. Ich mag ihn zwar... Ja, mögen kann jetzt nicht mehr die Rede davon sein, aber Kenny will ich ihm wirklich nicht. Also Kenny hat schon genug Probleme und dem jetzt noch das zu erzählen, vergiss es. Bloß nicht. So, und jetzt mit der Karte. Mit Clementine. Hey, Clint. Hi. Ich möchte sprechen über Savannah. Ich auch. Und was wir machen, wenn wir da sind. Wir wissen nicht, was wir erwarten. Die Stadt könnte schlecht sein, oder völlig unter Kontrolle. Die Sache ist, wir und ich, wir sind ein Team, weißt du? Und ein Team braucht ein Plan. Hey, aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A Plan. I like it. Heh, good. Wir müssen helfen. Wir sollten unseren eigenen Weg gehen. Wir sollten deine Eltern suchen. Really? Yeah. You need to know if they're okay. Well, if they're not. What happened to them? I'm sure they're okay. Macht er keine allzu großen Hoffnungen. Ich hoffe so. Lass uns die Karte schauen. Wenn wir uns herausfinden, wo sie waren, können wir da beginnen. Okay, lasst uns. Es ist, dass wir direkt durch die Stadt kommen, wenn es nichts auf den Straßen gibt, um uns aufzuhalten. Wir haben hier einen guten Schunk von Savannah. Was denkst du? Sie bleiben immer im gleichen Ort, wenn sie da sind. Es ist, äh... Hm. Hey, keine Angst. Wir werden es herausfinden. Hast du schon mal da? Mal. Well, think about it. There are a lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the... M... M-something... Marr. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there. Yes! You think we have a good plan? I think it's very good. Can I tell my parents? You know... Sure, mach nur. Sure. Go ahead. Alright. How do you feel? Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're a good little shit. Thanks. I guess we should see how far... Oh, shit! Hold on, everybody! Was geht da ab? Was geht da vor sich? Fuck, 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 fuck! Maybe we could walk? That's fucking stupid, Ben. I'm just saying... Hmm, I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This... Yo, you keep screaming like that, you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Nein, wir sind freundlich gesinnt. No, we're friendly! Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there. We won't let them escape. If I come up there, you better not beat murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Die machen's nicht grad einfach. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey dude, I'm Omid. Lee. Krista. What's the deal with the train? We're driving it. Oh man. Wir können gut Leute gebrauchen. Look, you want to help us out? We could use some able bodies and... Yeah, we really need some help. What's in it? Oh shit. Goddamn, you guys have a kid. What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit. What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, this is great. See, things are looking up. You're not her dad. You down there? It's that obvious. To me? And no, he's not down there. Huh. What's your story? I came across Clementine alone. First day all of this happened. I was actually incarcerated. Sick. Did you have any prison tats? I, uh, didn't make it that far. And everybody down there. They're cool. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, a four? Maybe two hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. A train is awesome though. A tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess. If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. This thing is mingled to hell. No release in it. No nothing. Ja, das willst du auch gar nicht, weil wenn das Ding runterfällt, dann weißt du auch nicht, ob da irgendwie eine Explosion gibt oder so. Klar, ist jetzt kein weiter Weg, wie das runterfallen würde, aber trotzdem. Notwagen. Überzeugen wir uns mal davon. Viel ist ja nicht mehr da. Ah doch, noch ein Klebeband oder sowas. Das ist das einzige sinnvolle Sache in hier. Irgendein Klebeband oder sowas war das. Aber so ein Absperrband, das kann natürlich auch sein. So und das ist ein Generator, okay. Das ist empty. Da ja. Was gibt's hier noch? Nichts mehr. Nichts mehr, okay. Wir reden jetzt nochmal mit Christa und Omid. Am I going to have to tell your people the plan or what? Okay, wir reden doch nicht mit denen. Da gehen wir mal runter. Guys, this is Omid and Christa. Not big on welcomes? Like I said, we could use some good people. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity. We could help you guys, though. Diese beiden schließen sich uns an. These two are joining us. We'll see about that. Gotta be careful about newcomers, I say. I don't know what it is. I could tell you two are good people. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. Then why don't I show you how this thing works, in case something happens. Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. Hmm. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Bahnhof, oder? Kommen wir da auch oft hin. Okay, warte, wir reden jetzt erstmal mit den zwei. Hey there. That's a pretty useful radio, for her to be holding on to, no? It's busted, but it means something to her. Oh, I understand. Wo kommt ihr her? Where are you from? San Francisco. Geez, a long way from home. I blame the one in there. He wanted the great American road trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is in the Civil War history anyway, other than old white guys? Wonderful. You two will be thick as thieves. Worüber habt ihr euch gestritten? Worüber habt ihr euch gestritten? What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. If you're gonna be around for a while, be good to know what baggage you got. And maybe we won't be around for a while. Also, Guns hat wohl doch mal ein Geheimnis. Wie können wir den Tanker runterkriegen? Not sure, how we'll get that tank down. Maybe ask her me. He likes to break things. Vorsicht, sie ist sehr treffsicher. She's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Look, Adam will need a lecture. You weren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. Okay, warte, was hab ich da gerade gesehen? Nee, nee, da hab ich gerade irgendwas anderes gesehen. Hä, wie da? Ja, genau, zieh mal dran. Das würde ein helles Feuerball kreieren, wenn wir versuchen, zu durchlaufen. Ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob der voll ist. Vielleicht ist er ja leer. Das wissen wir ja auch nicht. So, wir gehen mal zu Omid. Wenn wir uns verstehen, wie alte Freunde, dann... ... hört sich das da schon mal gut an. Hallo, Omid. Was lernst du, wie ihr es schaffst? Lernst du, wie ihr es schaffst? Ja, wie habt ihr es soweit geschafft? Wie habt ihr es so weit geschafft? Wie habt ihr es so weit geschafft? Ihr seht so gefährlich normal. Krista lässt uns nicht in Gruppen einladen. Und ich bin ein verdammter Schrapper. Ich habe das Gefühl, dass sie dich umgekehrt. Bitte. Ich habe ihr hunderte, 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 manchmal... Du interessierst dich für Geschichte? Du möchtest die Zivil-Wahr-Historie, oder? Ja, ja. Was wissen wir über die Rade von Quantrill? Es ist über 1000 Kilometer da. Ja, ja. Und wir gehen den anderen Weg? Okay. Aber wenn es irgendwie nicht mit den Toten schraubt, sollte es einige coolere Dinge sehen. Excellent. Sag nicht Christa. Das wird nicht so groß wie ein Verkaufspunkt für sie. Du hast es. Wie lange seit du zu Hause warst? Über 6 Monate. Wir waren auf dem Weg und dann... Du weißt... Das ist schwer. Du weißt... Du weißt... Du weißt... Du weißt... Du weißt... Okay, also Omid scheint okay zu sein. So, wir gehen jetzt nochmal raus. Und schauen mal, ob wir den Bahnhof da hinten inspizieren können. Kommen wir da wirklich hin? Das glaube ich nicht. Vor allem allein lassen wir uns bestimmt nicht gehen, oder? Doch, sieht so aus. Ah. Ob das so ne gute Idee ist, sie mitzunehmen? Sieht leer aus. Survivors inside. Überlebende sollen hier drin sein. Ja, ob das stimmt, das finden wir im nächsten Part raus. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen nach oben geben. Und bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead. Bis dann. Und haut rein. Noch einen schönen Tag euch. Bis dann.